Der Nachbarort Pitigliano liegt mit seinen 3500 Einwohnern ebenfalls oben auf Tuffsteinhügel. Der Nachbarort Pitigliano liegt an der Nachbarort Pitigliano liegt an der Nachbarort Pitigliano. Hier findet heute Abend das erste Weinfest der Region statt, welches wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Das sind die Pistolas Roventi im örtlichen Motorrad Club. Die Pistolas Roventi im örtlichen Motorrad Club. Das ist die Pistolas Roventi im örtlichen Motorrad Club. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück. Und da hinten auf dem Grill liegen die berühmten Bistecca Fiorentino, Rindfleisch 1,4 Kilo das Stück.